Dein Gruß zu einer nächsten Runde von Platinum vs. Zombies Garden Warfare 2 Der Spielname ist übrigens sehr viel zu lang auf jeden Fall Und ich bin jetzt die Standard-Erbse Die ich auf Level 16 habe, die ich glaube ich schon den Meister bringen möchte Mit der Stein-Erbse Weil ich mit der Erbse dann nach dran nehme Mal schauen Was muss soweit kommen Da oben eine Teilüberraschung Der Damage ist einfach so übertrieben Da kann man sagen was man will Der Damage Der Erstschlag übrigens Not bad Der Damage ist einfach X-ray-prass 34 crit Ähm Ich glaube nicht, also ich finde es so übertrieben will Schlein und Erbse Ähm Ziemlich stark auf jeden Fall Mit die Bohne Sonst benutzt Und natürlich ziemlich gut auch gegen Wichte Also nicht ziemlich gut, aber Einigermaßen, wie bei kleinen Fläschenschaden vorhanden ist Wahrscheinlich in jedem Moment, aber Ziemlich kann er halt in der Lufthandlinge nicht treffen Also von hier oben aus Easy treffen Sieht auch nämlich so aus Das so aus 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 Toll 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 So aus 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 hallo irgendwie stirbt er nicht ich kann wie oft ich ihn jetzt getroffen habe wieviel schaden ich gemacht habe scheinbar hatte er nur paar prozente irgendwie hat er extrem lange überlebt weg ohne scheiße nicht wollte ich ja jetzt extrem keks ist jetzt aber momentan und nicht welche weil ich wirklich noch ultra wenig habe an bots an toppflanzen an allgemein wanderpflanzen und anderen wanderzombies et cetera deswegen kann ich mich da halt sehr stark zurück die brunnen ist sie gut gut dazu typisch was diesen 20 leute im garten von 9 der bohnen weil genau dann die wissen ich komme da kommt meine borne alle raus nein ich finde ich wieder blöd werden ich mir eh nichts da bin ich mitten im garten zwischen fünf leuten jetzt sind wieder tot und der t hat man töten lassen weiß ich mir gerade auch die x augen aber da meine brunnen kommen die hin rollt die wird einfach weggeprügelt eine borne wird einfach woanders hingeprügelt das ist so vertrieben und ja das ist fast nichts mehr wert ich sehe jetzt gut nicht richtig war die bohne über die wieder über die zitron da vor mir steht von meinem warum stellt er sich direkt vor mich kann ich sein ernst sein mann 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 ich lebe immer noch das jut da drum macht sich ein schönes leben aber die tatsache dass er noch rumlaufen darf ist schon ultra mies ich habe mich angewandt einem schluss ganze fight nicht gewinnt kollege aber das echte frech frech ist es unglaublich frech hallo hast du in ihr zack easy escaped überlegen wo ich mich hinstelle kurz überlegen wo ich mich hier oben stehen meine fähigkeiten wieder habe immer so gestorben kein genannt rein hätt ich den bot wir müssen das im leben nehmen nein besser pirat da hinten was ist so mies ich reite mich auch so gut wie nie irgendwie macht nicht so spaß irgendwie keine ahnung ich habe halt kein spaß daran die ganze Zeit nur hinten zu stehen und einfach nur zu snipern einfach nur so und da rein rein die ganze zeit so machen hab ich keinen bock ich bin derjenige der irgendwie in meinen garten einfach reinläuft und stirbt durch und meine kills na wo läuft der hase ich bin im speed buff ich bin im speed buff ich bin im speed buff und die burne rollt zwei meter weit im speed buff und wenn dein charakter auf meister hast und trotzdem noch eine ganze Zeit spielst äh nur weil du mit dem vor die killermaschine bist dann äh ist das ultra langweilig finde ich persönlich also ich hätte äh ich hätte äh bis hin und wieder auch mal jemanden nochmal spielen weil ich noch einen meister habe weil ich halt mal ultra selten die charaktere spiele die ich schon da fertig habe aber aber nur um die leute halt zu spielen und weil du mit die halt übertrieben stark sind und du mit einer vor die killermaschine bist ist das nicht wirklich äh eine super lösung finde ich persönlich also ich finde das ultra langweilig weil dann würde ich hier die ganze Zeit nur Parkwäschler spielen durchgehend na dann wäre ich nicht Level 1376 sondern wäre ich Level 50 und mich jetzt schlägt es aufgehört zu spielen das macht auch einen unterschied genau genau mit brosy die leute haben brosy gespielt um sie zu schnell zu leveln teilweise um die kill zu machen und sie zu leveln logisch aber mein leveler hat mit der ultra schnell gelevelt aber die dann immer noch zu spielen wo die so extrem op war wenn man sie auf level 50 auf meister hatte dann kann ich mir auf neun kopf fassen dann kann ich mir auf neun kopf fassen sowas einfach op champs spielen weil die so stark sind und dann äh nur weil du damit so puber Boss bist Spaßfaktor gleich null ach komm stopp doch wieso wie sagt der denn so viel Leben der hatte noch 51% würdest du mich verarschen was der alles abgekriegt hat von mir und da war doch noch jemand der Schnapper war doch auch noch da kann ich nur 51% gehabt haben das war jetzt die Bohne na egal ist eh vorbei die Runde ich mag diese maps nicht mehr ich will nur noch auf saad der zeit und hoher besser nord spielen nur noch dort will ich spielen ich wills mal aussuchen können ob die maps spielen will die maps sind so langweilig geworden ich glaubs vorgestern oder vor drei tagen hab ich noch mal ins finale geschafft ja vor drei tagen hab ich ins finale geschafft und was hab ich da ne ultra nice aber krieg mir nichts die 5 minutenrunden hab ich einfach kein spaß dran hast du gerade hecho den ich will nur wieder das der du Ja, ich häng jetzt noch ne Runde dran logischerweise. Wir kommen wieder auf die Map. Wäre jetzt gerade zweimal so ein Burbier gewesen. Wir kommen jetzt wieder auf die gleiche Map. Als Zombie wahrscheinlich dann. Vielleicht kriegen die Gegner dann wieder was gerissen. Da sage ich, gleiche Map wieder. Logisch. Man spielt hier nämlich zweimal direkt hintereinander. Aber die Teams halt gewechselt werden. Nicht immer, logischerweise. Weil die können ja nicht immer 1 zu 1 gewechselt werden. Wenn auf der einen Seite die Leute rausgehen, etc. Muss es ja immer gleich sein. Macht ja auch Sinn. Und wir sind wieder. Und wir sind wieder. Wir sind wieder. Ich bin Soft-Zombie. Deswegen sage ich immer wieder auf der Zombie-Seite. Aber logisch auf der Zombie-Seite bin. Wir spielen. Ah, spielen soll. Äh. Schweißer. Elektrikabisch auf Meister. Übrigens. Gestern geschafft. Weiß nicht, was spielen soll. Befragt. Cosmo Brains. Cosmo. Und Wanda. Hahaha. Scheiße. Ich habe hier übrigens die andere Fähigkeit drauf. Mit diesen, äh, die Vorbesteller-Fähigkeit da. Gucken. Schaut das mal an hier. Loil. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt alles abbekommen habe, ja? Ich habe immer einen Kill gemacht in Level 5 hatte. Die kamen alle gleichzeitig lang gelaufen. Das konnte Team praktisch in einem Fall sein. in einer Gruppe mit Schnapper und Pflanzen. Äh, Sonnenblumen. Und ein Mais. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass da direkt alle da stehen. Aber es ist ein gutes Zeichen. Ah. Der ist ein Alli oben. Putz, 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 putz. Okay. Hallo. Er ist weg. Er war eine Toppflanze. Komm her. Okay. Keine gute Idee. Holy. Hallo. Mein Name ist der Blacher. Das ist nicht der Captain Maises. Warum Captain Mais? Ist da noch jemand? Ah, so ein Zitron. Und eine Sonnenblume. Und zwei Schnapper. Kann man so in die Mitte schießen. Putz. Wollen wir schon eine Einnahme nicht mal aus der Vorlage bekommen oder so. Gar nichts. Einfach nur. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Dass du deine Fähigkeit genutzt hast. Immer wieder gern. Ah, das ist ein Teleporter. Aha. Ich will da rein. Super, das ist das. Die Dinger machen ziemlich viel Schaden, obwohl ich im Strudel bin. Im Turbo-Twister. Das verwundert mich leicht. Das ist genau wie mit ganz Spielermachen oder so eins, zwei Schaden und so. Aber der Brandschaden geht voll durch. Gift Schaden auch. Der, der brustelt einfach weg. Das ist, äh... Ziemlich mies. Putz. Da ist der Tod. Oh, sie. Hä? Also, er war schlaggegraut. War gar schon leicht verwundert. Putz, danke. Ich geh aus dem B-Kollege. Ist hin und her gejumpft wie er so lange in der Luft kippt. Wir sind am Kicks auf Dauer. Aber... Ist okay. Ich finde nur das cool wie er springt. Das finde ich cool. Ich finde hier irgendwie nicht stark. Irgendwie... Klingeln die automatisch schon von A-N-A-B. Ganz random. Putz. Wir sind blöd. Hallo. Mein Eingang. Teleporter steht nicht. Da ist ein Auto kaputt. Der hier oben ist. Der hier oben ist. Der hier oben ist. Der hier oben ist. Der hier oben ist kaputt. Muss eine Rutsche sein. Aufzug. Für Gepäck. Nein, gibt's da so ein Bootcamp. Zum Zocker. Jetzt so, auf ihn ziehen. Wollen die fliegen? Jetzt fliegen sie alle gleich. Eben war nicht voll random geflogen. Vorführeffekt. Jedes Mal dasselbe damit. Guck mal, ich muss hier unten rumlaufen, ob ich will oder nicht. Total asozial. Einfach hier rein. Was soll ich großartig machen? Ich kann hier die ganze Zeit im Garten stehen und nichts von mir zugucken. Ja, es ist... Wenn ich hier vorne stehen würde und warte, bis ich meine Garten kommt, dann bewarte ich mich doof und dämlich. Aber wenn dann nur zwei Kills. Wahrscheinlich hab ich das auch nicht mehr, oder? Okay, ich hab Sex. Ja, aber... Warte, wenn ich die ganze Zeit nur hier stehe und darauf warte, dass ich meine Garten kommt. Klar, ich hab die Range, mit der ich schließen kann, aber ich bin da kein Fan von. Auf dieser Map hier. Vor allem allgemein kein Fan mehr. Sobald ich... und zack, weg. Sobald du irgendwo... Ich bewegst und guck hier bis zum Springen. Bis so und dann zack, ist die Range wieder weg. Zack. Weil du gerade in der Luft bewegst. Das ist so mies. Dann gehst du hier rum. Sobald du irgendwo runterfällt, weil du nicht darauf achtest, hast die Range sofort wieder weg. Bei anderen ist das scheiß egal, aber bei denen ist das halt sehr entscheidend. Deswegen... Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier stehe und warte und warte und warte, dann passiert nichts. Ja. Immer noch, wieviel die eingenommen haben. Gar nichts. Und unten hat er durchgesprungen. Mal mehr. Ich hab ja keine andere Wahl. Es tut mir ja schon fast leid. Nur noch fast. Mal gucken, wie lange ich schon in der Luft bin. Ich bin einfach so verletzlich in der Zeit. Du bist ja allgemein schon lange in der Luft, ne? Aber mit denen springst du auch noch so verdammt hoch. Dass du bist noch länger in der Luft. Dann brauchst du einfach nur guten Schätzen und du bist tot. Ja, ich bin nur am meckern. Ich bin nur am meckern. Ja, meinst ehrlich, ich hätte das Spiel aber auch nichts Gutes, dann würde ich es ja noch nicht spielen. Deswegen ist doch alles okay. Zweitgefungen. Nein, da bin ich. Okay, ist egal. Ist egal. Ja, da kann man nur einmal in die Hand klatschen. Über Freude. Keine Ahnung. Wieviel vorlang hat der? Acht. Okay. Haben wir es auch. Zwei Kills. Acht vorlang. Und das war es auch für diese Folge. In der nächsten Folge sind wir dann auf der... Hoa Weißer Norden wahrscheinlich. Hoffe ich. Sehr effektiv. Mal gucken, was wir dann spielen. Und so muss ich dann schauen. Bis zum nächsten Mal.